genau das gleiche ja ja habe ich doch das wird schwierig ja 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 gut das heißt ich muss dann noch etwas mehr schießen gut jetzt möchte ich gerade etwas gewichtlos werden gehe nach norden und schieße da alles ab was mir über die flinte schaut oder vor die flinte kommt dass man über die flinte schaut ich glaube ich behalte doch lieber drinnen ich fasse es nicht kein tropk banditen hat die freiheit fertig gemacht das heißt für mich ich habe jetzt auch die banditen hier vorne weg weil alles was mir die alles was mir die fraktions ressourcen runter haut von der freiheit ist schlecht für mich das sind immer nur sehr lange totes animation das ist leicht blöd ja die freien stalker hier das sind unsere und die nachher stimmt jetzt sind natürlich auch alle böse auf mich das hier wird unsere kleine vorgeschobene basis wo ich sachen verkaufen kann und sachen reparieren kann das blöde ist der techniker ist nur nachts war nachts wach ach scheiße hier konnte man ja keine waffen verkaufen aber munition kann man hier kaufen ja der pennt gut dann hoffe ich mal einfach dass das so bestehen bleibt ich bin ganz und nicht einfach wegfällt ouch ernsthaft habe ich gerade so viel leben dadurch verloren das ist ja schon irgendwie fies so jetzt wieder ab nach da unten ein dritter slot wäre echt schön obwohl könnte ich gar nicht rein machen ich bräuchte einen vierten slot wo ich dann ein weiteres ein weiteres anti red artefakt reinhauen kann ich bin doch jetzt leichter dann müsste das doch eigentlich besser gehen ich habe gespeichert einer ist hier noch an die die gute munition zu verschwenden ist eigentlich ein bisschen hirnrissig ja jetzt sieht man auch das ist kein einfaches durchmarschieren hier muss man wirklich ordentlich anpacken das heißt mein ziel ist jetzt erstmal fraktionsressourcen runterhauen damit die etwas schlechter sind und unsere eigenen mehr chancen haben dann mal so viel zur benommenheit wenn man die trifft wer mit der akka lebt stirbt durch die akka verstanden wächter so dadurch ach scheiße ja die banditen die sind echt nervig wie sau lauft doch nicht weg hat wo denn da ja ich soll zwar da unten hin aber ach das sind wächter ach scheiße ich bräuchte jetzt wirklich farbliche markierungen um zu sehen wer welcher ist ach mist und wenn ich hier dran dann vorbei muss das wird schwierig hilfe wir verlieren wir verlieren ja 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 ich komm ja schon ich komm ja schon die haben schon alle schlechtere rüstung an ich sehe keinen mit guter rüstung aber wir halt auch das wird sich in dem moment bessern wo wir keine weiteren einheiten mehr haben können das heißt die ressourcen erholen sich wieder das könnte allerdings noch ein bisschen dauern das heißt das beste was wir jetzt tun können ist einfach uns weiter durchschießen ja das mache ich gleich mit der sniper ich würde hier gerade erst mal ein bisschen die banditen ausdünnen wenn ich die denn wenn ich die nämlich hier in die war die werfen aber auch immer saupräzise eine granate die nicht in meiner reichweite landet also die mit direkt vor meinen füßen ja auch zu schießen hat er getroffen oder nicht das müsste es gewesen sein der trupp wird leider nicht lange halten der jetzt hier ankommt aber was soll's und ich bin wirklich versucht mir vielleicht doch eine von den anderen zu upgraden na egal also eine noch nicht geupgradete weil wenn die jetzt schon den anfang zur schnelleren feuerrate haben ich sehe leider nicht so wirklich gut das schöne ist es ist gleich dunkel das heißt wir können die sachen reparieren lassen mal gucken wie gut die hier so ist das hat ja nicht lange gehalten guckt euch diese streuung an das ding kann ich wegwerfen ja ich hätte die akm nicht verkaufen sollen egal was geschehen ist ist geschehen zurückkaufen werde ich sie nicht dann hole ich mir halt eine ganz normale oder ich würde mir gleich ich hätte die sich vielleicht behalten können und die dann einfach nur hier munitions umwandlung anstatt dass sie die fünf fünf sechser benutzt jetzt hätte ich das so machen können dass sie dann die fünf vier fünfer benutzt aber egal die halte ich auch gut in schach ist da neue trupps kommen dauert das alles ein bisschen aber das passt schon da hat mir mal ganz kurz die gesamte munition angezeigt nehm ich gar egal der war wichtig der ist schwierig die haben dieses schnell schießende teil ich höre mindestens zwei leute und das und der pdr bestätigt das auch moin moin wie geht's denn so so nass beides ist frei dann hole ich mir jetzt das da oben dann operiere ich meine sachen und dann räume ich mal ein bisschen im agro brum auf pass auf dich nehme ich jetzt doch mal mit ja die ressourcen scheinen sich wieder zu erholen glaube ich so 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 jetzt wird mir schon wieder die gesamte munition angezeigt 1400 da habe ich gar nicht so viel von der moment war hier nicht auch irgendwo eine anomalie vortex anomalie die einen ganz schnell kaputt machen kann bisschen ausdauer regenerieren lassen falls ich gleich von der granate wegrennen muss das sind nur banditen ja da rücken sie jetzt alle nach sehr schön sehr schön starke strahlung es ist leider noch nicht dunkel genug weißt du was dann könnte ich ja theoretisch ja wir haben gerade den spawn mitbekommen meinetwegen passt auf wir gehen jetzt schon ins dunkle tal und verbreiten mal ein bisschen angst und schrecken ins akkuprom da ist er da bin ich auch schon zu oft reingelaufen ja abkürzungen in der zone nehmen ist so ziemlich immer tödlich barriere lager hinter den hügeln das müsste hier sein da kommt gleich einer durch den angriff wehren wir ab wenn er nicht zu lange braucht schade dass das nicht die der zweiten generation ist die grüne ist nämlich so ihr seht wie das so flimmert das wird noch nervig aber besser eine schlechte als gar keine so und da dürfen sie jetzt irgendwo sein da kommen sie sie sind links neben der straße hat er denn exos gelätern granaten tatsache er hat den exos gelätern ohne kann ja das heißt das waren das war eine der trupps die direkt direkt in der basis stationiert waren das heißt wenn sie die schon los schicken ist das ein guter indikator dass ihnen langsam die einheiten ausgehen oder die ressourcen das ist sehr schön so gut dann will ich doch mal ein bisschen angst und schrecken verbreiten und in ein paar ressourcen die banditen haben wir gut in ihre schranken gewiesen hier sollte ich wieder mal richtige munition nehmen und dann arbeite ich langsam vor das ist da sehe ich nämlich nichts Die treffen mich nur? Ist jetzt keiner von denen, auf den ich geschossen habe, gestorben? Jetzt aber. Na, einer ist da noch. Irgendwo. Sehr schön. Ne, drei Stück sind hier noch. Jawohl, so muss es sein. Unser Trupp konnte seine Position bei der Straße zum Agroprominstitut sichern. Jetzt müssen wir nur noch freundlich an die Tür der Wächter klopfen. Vier Stück. Ah, da war doch noch einer. Ich glaube, so langsam kann man das Ding hier anmachen. Oder? Ja, ein bisschen hilft es. Ist allerdings auch irgendwie ein bisschen nervig, ne? Ach, diese Hintergrundmusik erinnert mich ein bisschen an das King Kong Spiel, wenn man im Hauptmenü war. Bessere Munition, schlechtere Waffen. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Banditen, östliche Außenposten, die haben also nur damit zu tun. Oh, da bin ich ja schon sehr nah dran. Kopflampen sind immer sehr schön. Die Mutanten haben sich aber auch ordentlich durchgegraben. Ja, gehen wir erstmal nach da unten hin. Können wir dann noch wieder hier mit arbeiten. Oh ja, und unsere Rüstung hat schon gut gefressen. Da müssten wir dann gleich mal ein bisschen aufpassen. Ein bisschen reparieren. Ja, trefft. Sehr schön. Sehr schön. Das müssten die Banditen sein, die gerade die Stalker Basis angehen. Ja, Tatsache. Komm, die schalte ich noch aus, dann gehe ich... Oh, die Banditen haben sich wieder rausgewagt. Wir hören schon die Musik des Lagers. Was? Hm. Tja, sorry. Vorhalten ist schwierig. Man weiß nie, wie weit man vorhalten muss. Na, habe ich das Radio auch kaputt gemacht? Ne, da hinten läuft es noch irgendwo. So. Oh, ui, ui, ui. sab, sab, sab. Ah, verdammt. das habe ich so schnell nicht gesehen dass die da ich dachte die laufen die straße nach oben lang ja niemals denken immer theoretisch ist es nicht nötig mir eine weitere eine weitere waffe zuzulegen ich habe genug munition für die hier die haben wir allerdings auch schon ganz gut runter geschossen ja pass auf die lasse ich fallen kann nicht mehr tragen da ist jemand oder etwas in der anomalie gelaufen der tanzt da rum das passiert wenn man eine waffe hat die schon nicht mehr mit dem zustand ist sie hängt da kann ich nicht durchschießen oder ich glaube ich habe mir gerade nur noch munition um sie verkaufen zu können auch wenn sie nicht so viel wert ist aber was soll es dann gehe ich obenrum wieder zurück ja da kommen zwar welche nach aber was soll es ich will erst mal zurück dann auch mal zwei stück ach so das sind die banditen im tunnel da vorne die kampfmucke ist immer noch da bitte sag dass du ein freundlicher bist das ist eigentlich nicht gut wo ist denn euer truppführer hier die Ja. Ich glaube, damit hat er ein paar seiner eigenen Jungs getroffen. Schlaues Kerlchen, hat keine Kopflampe an. Er auch nicht. So. Pass auf, ich mache mal gerade was. Ich habe ja jetzt eine Menge Munition hiervon. Das heißt, hier dürften noch überall diese Dinger rumliegen. Nein, nicht diese. Diese. Wow. Gleich beim ersten Mal. Wirklich? Wie kaputt ist die? Oh. Da ist dann wahrscheinlich eine Granate irgendwo neben gelandet. Nee, ich will mal die andere ausprobieren. Nicht immer nur die. Ach, das... Das sind doch schon die geupgradeten, ne? Na, bist du besser? Ja, sehr schön. Was müssen wir halten? Achso, das ist da vorne. Wo wird denn da geschossen? Ach, da. Haben die sich hier zurückgezogen? Tatsache. Um die Position in der Basis wieder zu besetzen. Auch nicht. Bitte sagt nicht, dass ihr gegen Banditen verliert. Danke. Das wäre jetzt durchaus peinlich gewesen. Aufpassen, denn ein paar von ihnen könnte noch am Leben sein. Das reicht. Ihr könnt gehen. Das passiert mit allen, die es wieder frei aufnimmt. Das ist meine Hälfte in diesem Video. е da kommen. Das ist diegangsδ Ah, da kommt hin. Untertitelung des ZDF, 2020